Musik Hier Leitstelle Königsberg mit einer Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Königsberg. Fassadenweg 16 im dortigen Neubaugebiet. Zimmerbrand. Es rücken aus ELW1, HLF201, HLF202, DLK, MTF, KEF, RTW. Leitstelle Königsberg Ende. Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Feuerwehreinsatz hier im Landwirtschaftssimulator 17 auf der Baufieberaußenstelle V3 Königsberg Edition. Ihr habt es gemerkt und auch gesehen, wir haben eine Alarmierung bekommen für einen Zimmerbrand und dementsprechend rücken wir jetzt einmal mit ein paar Fahrzeugen, die auch alarmiert wurden, hier aus. Zum Glück ist die Straße nicht so weit entfernt hier vom Gerätehaus. Dementsprechend sind wir da auch schnell da. Wir fahren jetzt dennoch einmal mit 1ELW1 vor, um zu schauen, was dort los ist. So, wir müssen jetzt einmal, weil da hinten kommt eine Baustelle, hier vorne aus dem Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Und hier nehmen wir die dritte Ausfahrt einmal. Dieser Userwunsch ist ein etwas abgewandelter Userwunsch, sage ich mal. Ich habe gelesen, dass ein Zimmerbrand sich gewünscht wurde, äh, ein Kellerbrand, aber ich dachte mir, okay, das mit dem Keller dauert noch ein bisschen, aber dann gibt es heute ein Zimmerbrand. So, hier haben wir ein Gebäude stehen, was momentan noch, ja, verkauft werden soll, bzw. die Eigentumswohnungen da drin sollen verkauft werden, dementsprechend sind die leer. Aber wegen ungeklärter Ursache ist hier ein Zimmerbrand entfacht worden, wie ihr sehen könnt. Und das gucken wir uns gleich einmal an. Als nächstes nehmen wir das HLF20, was ja mittlerweile schon zum Standardeinsatzmittel hier gehört, womit wir ständig ausrücken. Es wird ja auch in den meisten Fällen benötigt, um zu schauen, was ist vor Ort. Und, ähm, das Schöne ist halt, es hat einen Schnellangriff und es hat eigentlich alles, was man auf einem HLF20 halt braucht. So, was mit dir, Kollege? Ja, da merkt man schon, er will wegfahren. Komm, fahr mal hier an die Seite. Gut. So, dann stellen wir uns das einmal hier hin. Machen die Heckbahner noch an. Oh, sorry, falsche Taste. Und können theoretisch schon mal mit dem Angriffstrupp ins Haus gehen und, ja, versuchen den Brandherd schon mal zu lokalisieren und dann letztendlich die Flammen zu löschen. So, dazu gehen wir jetzt einmal hier ran und drücken, ähm, Taste G und K. Dann einmal hier auch. So, das passt. Und dann machen wir das auf der anderen Seite auch noch und holen unseren Schnellangriff mal eben raus, während die Kollegen vom Wassertrupp und Schlauchtrupp sich hier um den Rest kümmern. So, okay. Ich hoffe, dass wir soweit da reinkommen. Ich hoffe, dass der Schlauch ist, wie lange genug ist. Open Door. So, wie sieht das richtig aus? Okay. Ups, so kommen wir jetzt hier nicht rein. Hallo. Ah, jetzt geht's. So, die Tür ist auch offen, also heißt hier war vermutlich eine Brandstiftung. Boah, ist ziemlich heiß da drin. Naja, während der Kollege hier am Löschen ist, kümmern wir uns einmal um die anderen Einsatzmittel. So, was auch nicht im Fuhrpark fehlen darf, ist unsere neue Mercedes-Benz Atego Drehleiter mit Metz-Aufbau. Die benötigen wir eventuell auch noch, um von außen zu löschen. Und dann fahren wir auch einmal hier rein. und stellen uns dementsprechend dahin. Ich muss noch kurz überlegen. Ja gut, wir fahren hier einmal rein. Sonst hätte ich auch die nächste reinfahren können, aber da steht ja der ELW ein bisschen an der Seite. So, glücklicherweise stehen jetzt auch keine Autos hier. Dementsprechend können wir hier unsere Drehleiter positionieren. Wir können auch einen Außenangriff starten. Okay. So, wir öffnen einmal alles. Keypad 8. Dann Keypad 6 zum Ausfahren. Was ist das hier? Ja, warte mal. Wir gehen noch mal kurz in die Drehleiter, aber sonst hat die gleich so eine Schräglage und das wäre nicht so optimal. Dann kann die leichter umkippen und das wollen wir natürlich nicht. So ist es okay. Und jetzt hier Keypad 5 in die Stützen runterzufahren. So. Dann nehmen wir die Drehleiter einfach mal. Drehen sie zur Seite. Und fahren sie noch ein kleines Stückchen aus. Gut. Perfekt. Ja, ihr seht, der Brand hat sich schon durch die Decke gefressen und hütet jetzt auch schon in der Nachbarwohnung hier. Ja, da muss man natürlich gucken, dass wir das jetzt auch weiter bekämpfen. Okay, wir holen mal noch weitere Einsatzmittel. So, als weiteres Fahrzeug nehmen wir einmal den MAN Varus. Den können wir auch als Einsatzmittel gebrauchen. Ja, Kollege. Und jetzt? Ach, jetzt muss ich noch Platz machen. Ja, fahr mit deinem Außenspiegel erst mal eine Macke ins Auto. Du bist ja lustig. Also hier kamen wir ja nicht durch, weil sich da aktuell eine Baustelle befindet. Fahren wir einmal hierher. Weil es ist halt ein Neubaugebiet. Da ist es normal, dass da Baustellen sind. Okay. Stellen wir uns auch einmal hier hin. Und tun dann noch ein weiteres Einsatzmittel. Ich schlage vor, wir nehmen noch unser MTF mit. Hier von der Feuerwehr Königsberg, welches ihr euch auch auf baustellenmods.de herunterladen könnt. So. 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 Dann können wir jetzt auch hier einmal an die Seite stellen. Und die Brandbekämpfung sieht erfolgreich bisher aus. So, RTW benötigen wir auch noch. Und das Kev nehmen wir gleich auch noch mit. Einfach für den Fall der Fälle, dass die anderen Wohnungstüren verschlossen sind. Und wir dort eventuell auch noch Blutnester, Brandherde, was auch immer entdecken. Einfach für den Fall der Fälle, dass... Gut. Dann passt das hier auch. Jetzt würde ich vorschlagen, holen wir noch die Pol. Die stellt... Entschuldigen Sie. Was sind denn hier für Geräusche schon wieder? So. Bin ich irgendwie auf die falsche Taste gekommen. Das Bullhorn hat sich aktiviert. Gut. Wir holen jetzt mal kurz noch die Pol. Die kümmern sich dann mal eben hier um die Absicherung. Und dann löschen wir gleich noch eben weiter. Unter PA. Und dann sollten wir eigentlich auch relativ erfolgreich das Feuer gelöscht haben. Das schauen wir einfach mal. Vorher holen wir noch kurz das Kev. Das hatte ich gerade schon wieder vergessen, dass wir das ja noch mitnehmen wollten. Für den Fall des Falles, dass wir eine technische Hilfeleistung noch durchführen müssen. In Form von Türöffnung. Das sollte ein Kev normalerweise nicht haben. Okay, wir haben insgesamt drei Martinshörner. Beziehungsweise drei Hörner. Jetzt kriege ich wieder einen drauf, weil ich das E-Horn Martinshorn genannt habe. Die Autofahrer kümmert sowas nicht. So, wir fangen jetzt einmal hier gerade aus. Gehen dann hier einmal ab. Und stellen wir jetzt mal hier auf die Wiese. Okay. So, jetzt aber fehlt noch die Pol. Und dann können wir auch weiter machen mit der Brandbekämpfung. So, wie das bei den meisten Einsätzen auch im echten Leben ist, ist es tatsächlich so, dass die Polizei meistens als letztes Einsatzmittel zum Einsatzort kommt. Das liegt hauptsächlich daran, dass insbesondere in ländlichen Gebieten die Polizei nicht im Dorf stationiert ist, sondern ja eher in der Kleinstadt nebenan. Und deswegen müssen die Polizisten ja auch erstmal, wenn sie die Mitteilung bekommen, okay, ihr habt hier einen Brandeinsatzvater, mal bitte hin. Die müssen ja erstmal von der Kleinstadt in dieses Dorf kommen. Und wenn dieses Dorf 15 Kilometer entfernt ist, aber noch zu der Kleinstadt gehört, sagen wir mal 10 Kilometer, ist realistischer. Dann brauchen die ja dementsprechend länger. Bei der Freiwilligenfeuerwehr ist es dann so, die kriegen eine Alarmierung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also bei mir im Dorf wird immer noch mit Sirene alarmiert. Und halt auch per Meldeempfänger. Und als erstes gehen die Meldeempfänger und dann selbstverständlich die Sirene. Und die mit dem Meldeempfänger, die kriegen den Alarm natürlich ein kleines bisschen vorher natürlich schon mit. Können sich dann dementsprechend schon auf den Weg machen zum Gerätehaus. Und wenn man sich dann umzieht und alles, drei Minuten bis das erste Fahrzeug dann ausrücken kann. Das ist wirklich eine sportliche Zeit. Und ja, dann kann halt auch mit der Einsatzbekämpfung, sag ich mal, begonnen werden. Wenn die Feuerwehr dann so schnell da ist. Okay. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns einmal, ja doch, hier hin. Dann stellen wir eben noch hier kurz ein bisschen Absperrmaterial hin. Gehen wir einfach hier drauf, Starflash, Polizei. Dann stellen wir einmal hier etwas schräger hin. Achtung Feuerwehr. Ups, das war etwas weit. Achtung Feuerwehr. Und Leitkegel Feuerwehr. Selbiges Spiel für hier. Okay, dann haben wir das zumindest schon mal erfolgreich geschafft. Wir gehen jetzt, wie gesagt, noch mal zum HLF und schnappen uns hier den Schnellangriff, um letztendlich den Brand auch zu stoppen. Weil ich könnte jetzt auch sagen, okay Freunde, das war es jetzt mal im Video, bis dann. Könnte ich sagen, mache ich aber nicht. Wir würden das Feuer ja noch ausbekommen. Okay, wir gucken uns das nochmal oben an, wie es hier oben ausschaut. Okay, hier kommt das Feuer schon leicht durch die Wand. Kommen wir hier rein. Okay, müssen wir von unten löschen. Hier schaut ganz oben aus. Das ist noch von der unteren Wohnung. Hier kommt Rauch raus. Wenn wir eventuell damit zusammenhängen. Okay, und höher ist es. Sechs Apartments insgesamt, um zu wissen. Okay, gehen wir jetzt wieder nach ganz unten. Hier ist der Brandherd, ihr seht es. Und dementsprechend löschen wir dann hier einmal weiter. Prima. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Brand hier in der Eigentumswohnung zu löschen. Gut, man könnte jetzt sagen, fürs nächste Mal kann man diese Wohnungen noch ein bisschen verschönern. Wenn dann auch jemand hier mal einziehen sollte, nach der Sanierung selbstverständlich. Das kann man alles machen. Das kann man hier zum Beispiel ein Wohnzimmer hinmachen. Hier ein Schlafzimmer. Hier hat man ein Klo. Eine Küche. Das ist eine Mehrzimmerwohnung. Das hat aber viele Zimmer hier. Hier ist übrigens ein Fenster drin, auch wenn es nicht aussieht wie ein Fenster. Muss ich die Textur nochmal ein bisschen bearbeiten. So, lass mich mal wieder hier raus. Gut, Freunde. Das war es dann auch mit diesem Brandeinsatz, dem Zimmerbrand. Wenn ihr einen Einsatzwunsch habt, schreibt ihn sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch dann einer dieser Kommentare gefällt, dann könnt ihr dem Kommentar auch einen Daumen nach oben dalassen. So wie beim letzten Mal. Und dann sehe ich ja, auf welche Einsätze ihr unter anderem Bock habt. In diesem Sinne, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch im morgigen 14 Uhr Video wieder. Bis dahin, euer Benni.